100% Perfektion. Ich konnte nichts mehr leben. Er hat als Kind schon gewusst, was er wohnt. Wir sind immer mit den billigsten Mitteln gefahren, die möglich waren. Und wenn andere Reifen weggeschmissen haben, dann habe ich sie mir wieder aus der Mülltanne rausgeholt und habe sie bei mir draufgetan und habe damit Rennen gewonnen. Ich habe einfach gespürt, dass der etwas Besonderes ist. Das ist mein Papa und ich bin froh, dass es mein Papa ist. Jedes Mal, wenn ich ihn anschaue, dass ich mir sage, so will ich auch er. Ich glaube, das mentale Starke, das hat er einfach. Extrem stark. Zeigt er mir auch heute, jeden Tag eigentlich, wie stark er ist. Er wollte etwas machen, das von Frost nicht gemacht wurde, von Frost nicht, von Senna nicht, von Senna nicht. Es hat nicht ausgesucht, von Senna nicht, von Senna nicht, von Senna nicht. In recenten History. Das war ich in der 5A. Ich habe so stark impression, von wie hart Michael war, was er zu arbeiten. Und das wurde das Team. Und was Schumacher erreicht hat, ist absoluter unglaublich. Es sieht gut aus. Es sieht gut aus. Es sieht gut aus. Es sieht fantastisch, Michael, gut gemacht.